Moin! Ich bin's, Heinz Haskerson. Streichhölzer, wir brauchen mehr Streichhölzer. Sehr gut. Er blutet? Hat er eben auch geblutet? Ähm. Was ist das denn? Die Grafik ist okay, all voll. Ich habe schon so viele Indie-Horror-Games gesehen, die eine unglaublich schlechtere Grafik gehabt haben. Für ein Spiel von... Wann ist das? 2014? Also 8 Jahre alt. Ey. Mega. Gut gemacht. Ah ja, ich sag ja, das Spiel ist schon alt, ne? Von 2013. Könnte ich... Könnte ich hier bitte... Hallo? Kann ich hier drüber springen? Was? Ah, das ist einer dieser unsichtbaren Boys. Das ist Mainbird. Moin. Wie geht's euch, wie geht's dir? Hier. Ich, ähm, versuche hier Dinge zu tun. Kurz nachladen. Die Schotte. Ja, die Schotte ist, glaube ich, hat mehr Durchschlagkraft, aber nicht mehr Schaden. Also ich erreiche mehr, wenn da jetzt mehrere Personen nebeneinander stehen würden. Aber auf so einen einzelnen Zombie sollte ich eher auf die Einzel-, äh, auf die Pistole gehen. Also auf den Revolver. Nur so ne Beobachtung. Ei. Ähm. Ähm. Wenn ich so irgendwas sagen würde. Doch. Das ist nicht euer Ernst hier. Mitnehmen. Oh, krass. Sieht aus, als müsste ich nach unten. So, als könntest du das kaputt schlagen. Oder nicht. Wann wieder 24 Stunden? Schwierig. Aber wir machen bald ein Event. Wir machen bald ein Fasmo-Event. Wie sieht's denn hier aus? Ähm. Ist das seine? Okay, Ratte. Eins Ratte weniger. Teddy? Soll ich den Teddy abschießen? Ich hab ein bisschen Sorge, hier runter zu springen. Ich hab ein bisschen... Warum mach ich das nicht einfach? Let's go. Was soll das denn? Ähm. Nur noch sieben Streicher. Jetzt sollte ich ein bisschen sparsam damit sein. Kann ich das aufschlagen? Ah, okay. Was war das? Da lief doch gerade was. Da krieg ich doch gerade was auf dem Boden. Was hat es mit diesen Dingern hier auf sich? Was schon ist das? Ach, da sind Schlüssel drin. Got it. Wir haben eben schon so viele von diesen Viechern gesehen. Also von den... Von diesen Statuen, ne? Hätte ich das vorher gewusst, dass was drin ist... Hätte ich auch kaputt gemacht. Na gut. Los geht's. Aufzug. Ich glaub nicht, dass der jetzt hier aufgeht. Later. Natürlich. Natürlich brauchst du eine Schlüsselkarte. Gut. Gut. Tschüss. Tausend von denen schmeckt richtig Ich spiel das mal weiter für euch Könnte jederzeit eines von den Viechern kommen Kann ich hier drüber springen? Natürlich nicht Nehme ich wohl gerne mit Okay Bleiben bei dem Mach auf den Bums Weiter geht's Was passiert, wenn ich den nicht verbrenne? Gab nichts, oder? Pass mal auf das Weiter geht's Das Gefühl, hier sind noch weitere Die unsichtbaren Dinger sind echt mies Wurde ich sagen Okay, weiter geht's Hier ist wieder was Krankenhausausweis Krankenhausausweis Moin Alex, grüß dich Die herzlichen Glückwunsch Die hat sich einen Glückwunsch an allen, die gewonnen haben Oh, er geht auf Dankeschön Wie zuvorkommt Hey, was, was, was? Hey, was, was? Oh, come on! Das ist so hingestellt, dass er irgendwas mitnehmen musste Okay Okay Ah, 1000 schmeckt aber auch richtig, ne? Das schmeckt richtig gut Damit kannst du echt viel anfangen Okay, ähm Wo ging's doch mal raus Hier hinten Mein ja Nicht hier, genau Na komm, du weißt, was ich will Sieh's durch, Baby Wenn ich eins gelernt habe Nimm ein bisschen Abstand von dem Kameraden Give a man some peace Folgen ja Anfassen nein Natürlich hat der Bums einen Keller Keller, hatten wir Erstmal im Ernst, hatten wir irgendwann mal ein Horrorspiel Ohne Keller Irgendwann Ähm Spiel ohne Keller ist kein Horrorspiel Also ich seh's auch unscharf By the way Ah, Schärfe Uh Falltaste Auswahl Ich weiß noch nicht Lass uns mal eben gucken Drücken, C verlassen Lass uns mal eben gucken Was gibt es denn hier? Linkskopf Rechtsherz Das sieht so aus Ob da irgendwas aus dem Boden kommen würde Okay Hä Na gut Oh, da ist was Okay Aber ohne Keller macht's doch keinen Spaß Geht 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 wirklich Hier geht's um Kopf Nochmal Brain Afka Ähm Wollen wir die Oder den mit dem Das hier ist ja jetzt Das eigentlich was Überbrückt wird Oder? Was passiert Wenn ich dir in den Kopf schieße? Einfach nur Als Halten Nichts Okay War nur die Idee War nur die Idee Bestraf mich doch nicht Wegen Ideen Ich würde den sagen Äh Schien richtig gewesen zu sein Ja und jetzt Oh hier Natürlich Also beide führen dahin Ach so Ja klar Es fehlt noch ein dritter Strang Wie Sie sehen Sehen Sie nichts Tür geht auf Bühne frei Unser heutiges Thema lautet Weinen Dieses Zeichen verfolgt uns relativ viel Leertaste Leertaste Notiz aus unterirdischem Label Natürlich unterirdisch Gar keine Frage Keller Er lügt Er lügt Er lügt zu seinen Sohn an Sein eigenes Fleisch und Brut So erblut So unverschämt An einem besseren Ort Heuchler Scheinheilige Schwachkopf Ich kenne die Wahrheit Ich kenne ihn besser als er sich Ähm Selbst Er möchte Mich wieder mal bestrafen Denn er hat Uns Unsere Vertrautheit Übel genommen Er glaubt Er könne sie Gegen mich Verwenden Ich kenne mich für so blöd Laura ist nicht Tot Wer ist Laura Ich frag für einen Freund Laura ist nicht Tot Loara Okay Drei oder vier Drei oder vier Drei oder vier Da sind drei Ich seh drei Oder dann würde ich sagen Drei Besser der als ich Auf den Bums So wir haben jetzt Alle drei Türen offen Kommen wir jetzt hier durch So gehen da so die Türen auf Zeichnen sich Türen ab Hier ist nichts drin Hier ist Energie Oh große Flasche Oh wieder ein Taui Nice Oh hoi Wer bist du Joseph Joseph Komm Joseph Werdes auch mal Aufhalten können Gott sei Dank bist du okay Was zur Hölle ist das da drin Ich weiß nicht was ich bin Aber definitiv nicht okay Spüre ich Spüre ich voll Hast mich hergebracht Nee Ich hab mich rausgeholt Unterschied Joseph nein Oh Gott Was war das Mein Kopf fühlt sich an An wie Hörst du das Wir müssen hier raus Kannst du laufen Ja Ich Joseph Ich hab's gehört Partner heilen Partner heilen Leertaste halten Partner heilen Verbraucht Keine Gesundheit Ich komm langsam wieder in Fahrt Halten Okay Mit deinen Worten Ich muss ihn Anklicken Damit er geheilt wird Okay Was krieg ich hin Joseph Geht's jetzt besser Joseph Bruder Hey Joseph Wir müssen hier raus Wir müssen hier raus Okay Er hat nicht nur das Offensichtliche Sondern das total Offensichtliche Kommentiert Oh Moin Halt die Augen auf Nee Ich würde da nicht reingeben Joseph Oh Wieder steht Eben noch in die Granate Reingeflogen Jetzt steht der wieder Das passiert mir nie so Wir haben relativ viele Sachen Gesammelt Aber 10.000 Damit können wir gleich Ordentlich was Ich hab keine Munition Joseph Wie steht's Pass auf Ich heb dich jedes Mal wieder Und Was passiert Tade So komm ich nicht an Munition ran Doch hier Nachladen Hallo Bibi Grüß dich Hm Joseph Wie darfst du mit runter Waren wir nicht hier im Keller Joseph komm Der wartet einfach darauf Das Okay Ähm Sieht ziemlich komplex aus Achja Wer stellt hier so eine Bombe auf Meinst du wir kommen daran vorbei Halt Abstand Vielleicht kann ich sie entschärfen Okay Collateral Damage Eine Bombe entschärft Zweite Bombe entschärft Retentschärft Okay Danke Joseph Wie viele Zombies leben in diesen Dingen In diesen Tonnen Was ist das für ein Geräusch? Gute Frage Ich dachte es wäre irgendein Gerät Hm Joseph wurde aktiviert Hi Jetzt meine Axt Hätte ich jetzt meine Axt hier Egal was passiert Ich kriege deine Mun Sieht ja sehr fit aus Hm Ich weiß nicht was mit mir los war Mir ging es nicht so gut Aber Mir ging es nicht so gut Achso Ja klar Führe ich gar nicht Also Lass uns einfach hier abhauen Kann man so sagen Und er dreht sich Du kannst dich doch nicht Dem Rücken rumdrehen Was ist los? Sag mal Mir geht es gut Keine Sorge Ich hätte gerne deine Mun Wenn du stirbst dann Bitte doch Nicht mit Munition Die kann ich ja auch Okay Wir gehen hoch Endlich wieder nach oben Das ist die richtige Richtung Nichts Aber auch nichts Gutes ist im Keller Warum sollte ich in den Keller gehen? Im Ernst Munition Come on Nochmal nachladen Oh was liegt denn da Schönes? Was liegt denn da Schönes? Wir müssen weiter So viel Zeit muss sein Glaubt mir So viel Zeit muss sein Die Zeit haben wir Und zwar Die Frage ist Wie viel von den Dinger Können wir noch herstellen? Wadim Gut Hahahaha Askerson Munition vor Menschenliebe Ja Munition vor NPCliebe Okay Grüße euch Also Ich habe gerade gesehen Meine Kamera ist vor Dem Zeichen Oh Hi Hi Ja ich habe einen neuen Schüssel Die sah aber auch schon mal frischer aus Nee Könntest du bitte wieder laufen? Wir haben nämlich einen Schlüssel Eins Schlüssel Ah das öffnet irgendeinen willkürlichen Was mit Was mit dir? Zehn Schuss Das klingt auch nicht schlecht Was mich ein bisschen stört ist Ich kann nicht laufen Ich würde gerne laufen Und ich möchte jetzt gerne investieren Äh Schwester Wieso sitzt die da nicht? Schwester Schwester Also wir haben 10.400 Diese Energien Pass auf Ich mache mal dafür meine Meine Kamera weg Damit ihr das seht Ja Okay Dann Nicht Dann macht es wieder Sinn Also Für die können wir Ich bin mittlerweile bereit Ein bisschen in die Ähm Hier zu investieren Für zwei ist glaube ich sinnvoll Yes Definitiv in Leben und Ausdauer Nachkampfschaden Spritzenwirkung Ich bin momentan Relativ gut gefahren Mit In In Waffe Zu investieren Brauchen wir mehr Schatten Moon Reichhölzer Verrate Magazinkapazität Genauigkeit Crit Crit Schaden Wie investieren Natürlich in Schaden So Let's go Wir haben nur noch 400 Sagen gut investiert Können wir hier speichern Äh Leertestes Speichern Nö Können wir nicht Dann war das nur so ein kurzes Intermezzo Dann war es kein richtiger Checkpoint Sondern einfach nur ein Ey Hast du Bock zu investieren Dann bitte hier Checkpoint Nimm mal mit Okay wir scheinen hier nicht zurück zu kommen Wir müssen tatsächlich nach hinten Kein Problem Sprache Und lief Gegen den Tisch Boah ich bin noch so gespannt Was das Spiel noch so alles bringt Hallo Schwester Schwester Du bist meine Sahne Oh Hey Bro Sabeta Hallo Ähm Hetzt sie gerade ihren Rock hoch So viele Anmeldungen Und nicht eine einzige Entlassung Hat die mir gerade einen Kuss gegeben Befürchte unsere Schwester Ist kaputt Nein Nein Nicht da lang Hallo Wieso komme ich hier nicht weg Folge meine Schwester Oh hei Lass mich los Lass mich los Lass jetzt los Okay Gut 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 Hey Bro Bist du Leslie? Oder auch nicht? Wirkst du Oi Ich bin Sebastian Keiner Sie sehen gar nicht gut aus Was? Äh Äh Beispielstand Tschüss Tschüss Leslie Wie sieht's aus? Gar nicht Gut Dann wollen wir mal zurück Wir sind wieder da Ich liebe die Musik Joseph Joseph Hast du auf mich gewartet Hast du auf mich gewartet? Good news Ich habe genug Munition Ich brauche sie nicht umbringen Natürlich Natürlich geht's wieder runter Nee 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 Nein 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 Wir sind gerade nach oben gekommen Wieso sollte ich wieder runter? Nein That's the stuff Hier müssen wir lang Ist das Myra? Unsere Kollegin Die wir so hart finden? Ähm Warte Wieder eine Falle Ja natürlich ist das eine Falle Ja gut Eine Ja okay Drei Ja okay Ein paar Ja let's go Joseph Bewegt deinen Hintern Joseph Bei dir alles gut? Ja Mir geht's gut Du solltest lieber runterkommen Ich komme Moin Meister Moin Warte mal Wenn ich hier von hinten komme Scheiße Beeilung Wieso kann ich hier nicht meucheln? Komm schon Ich hab Ich kann auch von hinten Da kommen sie Da kommen sie Uh Seit wann seid ihr schnell? Der hat einfach Keine Ahnung Aber noch ist das human Uhu Here we go Uh Ich hab eine Axt gefunden Ich hab eine Axt gefunden Nein nicht das Du sollst die Axt nehmen Du sollst die Axt nehmen Yes baby Nein Ne 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 Achso das ist Joseph Ne das waren wir Uh Ciao Scheiß auf Verbandszeug Hau raus den Bums Daneben Gehen wir die hier raus? Ja wie kriege ich dich denn raus? Hattest du bitte Bitte hier raus? Okay das war dumm Steh auf Wie kriegen wir dich hier raus? Mausi Ja wenn ich wüsste wie Da kommt der Schlauch her Da kommt er her Da 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 Wasser Da Wasser Da auch Wasser Ich habe keinen Schlüssel Kannst du knicken Digga Verbrennen tue ich dich Wie kriegen wir dich da raus? Chat wie kriegen wir die da raus? Michel Michel man Wie kriegen wir die da raus? Wie kriegen wir dich da raus? Ja ich würde dich ja gerne da rausholen Mausi Aber ich wüsste nicht wie Schlüssel und so Schlüssel und so Schlüssel und so Auf was schießt er? Okay Joseph Wir haben ein Thema Ey come on Deine Fitness ist eine Katastrophe So wenn wir jetzt hier hoch gehen Wir müssen nochmal hoch Halten Leertaste halten Komm ein bisschen näher ran Komm ein bisschen näher ran Und jetzt Da ist noch was in der Nähe Es kommen noch mehr Spiel nicht den Helden Zurück Spiel nicht den Helden Mann Komm zurück Oh hi Boah du bist Du ne Du bist mein Freund Oh Was ist denn hier mit? Einfach mal so als Idee Mein Dickerchen Mein Dickerchen Seht immer noch nicht dauerne Zünd ihn an Baby Zünd ihn an Ja Aber Oh Hallo Sarah Da bin ich wohl gestorben Ein bisschen zu viel Dynamit Ja doch Doch kannst du Ah ich brauchte nur halten Gut Wir können axten Wir können axten Aber wie kriegen wir Kriegen wir die denn da raus? Ich geh nochmal nach oben Ich glaube irgendeiner von den Endbossen Wird ein Schlüssel Stoppen Oh der hat Munition geworfen Der hat Munition sag ich schon Dynamit Achtung Die haben Dynamit Ja Schon festgestellt War das War das War das wirklich alles? Kann ich nichts herstellen Das sollte ich mal nehmen Hau rein in den Bums Yes Baby Nice Es kommen noch mehr Spiel nicht den Helden Zurück 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 Spiel nicht den Helden Mann Yes Baby Stirb Tschüss Tschüss Auch Tschüss Hä was 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 Okay 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 Oh Gott Oh Gott Ciao Hier du Ne Du Du bist mein Kamerad Kann ich ihn wieder aufheben? Nein Geh schade Er wollte schon wieder aufstehen Er ist verrückt Wie sieht das aus mit Mun? Die haben Dynamit Oh fuck Weg da Deine Aufmerksamkeit ist meisterhaft Verdammt Das war knapp Die Rohre Oder Ja Ja Die Rohre Aber dann Dann komme ich zu einem Bereich Wo ich einen Schlüssel brauche Das solltest du dir mal ansehen Wo gibt es hier einen Schlüssel? Ne Oh Schlüssel Verdammte Axt Ohne Schlüssel Nicht Skippman helfen Yes Nehmen wir mit Aber wir suchen nur einen Schlüssel Eins Schlüssel Achso und wie war dein 24 Stunden Stream War nur kurz da wegen meiner Feuerwehr War mega Wirklich mega geil War ein super geiles Stream Was wir machen können ist Michael wenn du dann nochmal Bedarf hast Ähm nochmal separate Session machen Um fast nur Beginner Zu machen Weil da war tatsächlich relativ wenig Bedarf An dem Tag selber So Joseph Wie sieht es aus? Wo ist Joseph? Also Also wo ist Joseph? Joseph? Ah Ich kriege das nicht auf Es muss noch ein Bedienfeld geben Die Zeit läuft ab Wohin gehen die Kabel? Ja Das habe ich schon geklärt Was soll ich tun? Schlüssel Wir brauchen einen Schlüssel Mann Moment Wir brauchen einen Schlüssel Wir müssen weiter Achso Jetzt ist der offen Oder was? Ähm Weißt du was? Wir müssen weiter Es muss noch ein Bedienfeld geben Ja ich arbeite dran Mann Montag zum Beispiel Ja Michel Zum Beispiel am Montag Schau aufs Bedienfeld Es hat dieselben Drehscheiben Oder? Ja 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 Fünf Und jetzt? Ah Wir haben Kidman gerettet Baby Okay Jetzt kommen wahrscheinlich Die ganzen anderen Zombies Nice ass by the way Heißt Mira vielleicht Kidman Mit Nachnamen Nein Nein Kidman Joseph Joseph Kidman Oder so Los Dad Jack John kach Untertitelung des ZDF, 2020